21. Präparation, die Vorsichtsmaßnahmen, die man trifft, um auf zukünftige Ereignisse vorbereitet zu sein. Duke, Layla und ich sitzen nach dem Spiel in Dukes Auto. Nach Poisons Machtdemonstration kann ich immer noch nicht aufhören zu zittern, aber ich bemühe mich, es mir nicht zu sehr anmerken zu lassen, denn ich habe Duke noch nie wütend gesehen. Sein Kiefermuskel zuckt ein paar Mal und er knirscht mit den Zehen. Und was, glaubst du, hat Poison für eine Gabe? fragt Layla. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der die Kontrolle über die Muskeln eines anderen übernehmen kann. Seit dem Moment, in dem er mir den Rücken gekehrt und ich wieder die Kontrolle über meine Bewegungen zurückerlangt hatte, versuche ich, mir über Poisons Fähigkeiten klar zu werden. Von einem fremden Nervensystem Besitz zu ergreifen, ist eine Gabe, von der ich genau wie Layla noch nie gehört habe. Kann man so etwas erlernen wie Gedankenübertragung und Lichtpanipulation? Oder ist es ein angeborenes Talent? Vielleicht verfügen ja manche über diese Fähigkeit, aber wir haben noch nie jemanden kennengelernt, der sie auch ausübt. Du denkst also, dass er Materie manipulieren kann, wie Bobby? fragt Layla. Es war definitiv eine Art von Manipulation, aber ich wüsste nicht, dass Materienmanipulatoren zu so etwas imstande wären. Ich fische mein Handy aus der Hosentasche. Ich muss meinen Dad anrufen, das hier ist total verrückt. Nein! Leilas Stimme hält mich zurück, kurz bevor mein Finger die Taste drücken kann. Dein Dad wird Fragen stellen. Er wird wissen wollen, woher wir Poison kennen. Und dann wirst du von meinem Vater erzählen müssen. Sie werden ihn verhaften. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Dad bereits über das Drogenproblem deines Dads Bescheid weiß. Ja, aber das hier ist weit mehr. Was, wenn dieser Typ meinem Dad etwas antut, weil wir die Polizei eingeschaltet haben? Ihre Stimme klingt fest und selbstsicher. Aber der Blick in ihren Augen verrät, wie unglücklich und verzweifelt sie ist. Bitte, Eddie, lass uns erst mal probieren, das Problem selbst in den Griff zu bekommen. Nachdem ich Poison gegenübergestanden habe, habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass er seine Drohung wahrmacht. Ich stecke mein Handy wieder ein. Okay. Ich bringe ihn um, sagt Duke plötzlich. Geht's auch ein bisschen weniger dramatisch? Sagt Layla. Wir wissen alle, dass du Eddies Ehre verteidigen willst. Lass uns das Ganze lieber ernsthaft angehen und nicht in irgendwelche Extreme verfallen. Ich meine das ernst. Ich greife nach Dukes Hand. Er verkrampft sich schon wieder, bevor er locker lässt. Als er ausatmet, entspanne ich mich auch. Er hat mir nichts getan, Duke. Es war Laylas Dad, dem die Drohung galt. Ich drehe mich um. Was glaubst du, wie viel Geld dein Dad ihm schuldet? Layla verdreht die Augen. Keine Ahnung, aber egal, womit er gedroht hat. Mein Dad kann ihm nichts geben, das er nicht hat. Das wäre ja, als würde man versuchen, aus einem Normalen ein Talent heraus zu quetschen. Was sollen wir denn machen? Brüllt Duke praktisch schon. Ihn ignorieren? Vielleicht sollten wir das tun. Ich drücke seine Hand. Ihn ignorieren und ihm aus dem Weg gehen. Und sein Auto in Frieden lassen. Das letzte ist auf Layla gemünzt. Ja doch, sagt sie. Ich lasse sein Auto in Frieden, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht alles versuchen sollten, um mehr über diesen Kerl in Erfahrung zu bringen. Ich will wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Gegen ihn ermitteln. Zufällig kenne ich ein ganzes Team von Jungs, die einen neuen Punching Ball gebrauchen könnten. Es ist seltsam, Duke so aufgebracht zu sehen. Ich habe mich an sein ständiges Lächeln gewöhnt. Nein, Duke, auf keinen Fall. Bitte tu ihm nichts. Das würde alles nur noch schlimmer machen. Er dreht sich zu mir und umfasst meine Hände mit seinen. Wir müssen Gedankenübertragung trainieren. Wenn du jemals in Schwierigkeiten bist, musst du in der Lage sein, mich zu holen. Du kannst Gedanken übertragen? Fragt Layla. Die gleiche Frage wollte ich ihm auch gerade stellen. Ich dachte, das sei fast unmöglich. Bei deiner Fähigkeit geht es doch darum, Gegenstände zu bewegen und nicht darum, den Verstand zu manipulieren, oder? Er wirft Layla einen irritierten Blick zu, bevor er mich wieder ansieht. Fast unmöglich ist nicht vollkommen unmöglich. Über weite Entfernungen habe ich meine Schwierigkeiten, Gedanken zu übertragen, sage ich. Ich brauch dir ja kaum mitzuteilen, dass ich in einer Notlage bin, wenn du direkt neben mir stehst. Das werden wir trainieren. Wir müssen mehr über unsere Kraftfelder lernen, uns austauschen. Er legt seine Hand in meinen Nacken und zieht mich an sich, bis unsere Köpfe sich berühren. Das werden wir üben, höre ich in meinem Kopf. Ich bin es, die das denkt, aber ich weiß, dass Duke mir die Worte übertragen hat. Wirk, sagt Layla. Trainiert das mal lieber, wenn ich weit, weit weg bin. Meine Wangen werden heiß und ich löse mich aus seinen Armen. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich nicht die Einzige bin, die hier in Schwierigkeiten ist. Layla schwebt mindestens in genauso großer Gefahr wie ich. Vielleicht sogar in noch größerer, denn es ist ja ihr, der hinter dem Poisen her ist. Sie lachen beide. Was? Eddie, allein mit meinem Talent bin ich schon im Vorteil. Layla mustert mich eingehend. Und es ist nur das eine. Du denkst, dass du stärker bist als ich, ist das das? Ich weiß es. Na schön. Ich verschränke meine Arme und lehne mich in meinem Sitz zurück. Wie du meinst. Aber wenn du dem Widerling die beiden Alternativen demonstrierst, die er einschlagen kann, wird er mit Sicherheit beeindruckt sein. Sagt Duke und ich sehe ihn zum ersten Mal lächeln, seit wir ins Auto gestiegen sind. Ich verdrehe die Augen und versuche weiter, die Beleidigte zu spielen. Aber sein Lächeln macht das unmöglich. Sehr lustig. Sie kann ihm nicht die Alternativen demonstrieren, die er einschlagen kann. Bloß ihre eigenen. Sie kann ihm sagen, ob sie stirbt oder nicht. Ihr beide solltet als Comedy-Duo auftreten. Mir hat's besser gefallen, als ihr euch noch um mich Sorgen gemacht habt. Dukes Lächeln verschwindet. Daran hat sich auch nichts geändert. Er dreht sich wieder zu Layla um. Okay, lasst uns so viel wie möglich über diesen Abschaum herausfinden. Können wir das nicht auf morgen verschieben? Wir stehen bei Layla zu Hause im dunklen Flur. Fürs Erste wollen wir uns Poisons Telefonnummer verschaffen, und zwar aus dem Handy von Laylas Dad. Sein Schnarchen dröhnt durch den Flur. Nein, nachts schläft er tiefer, sagt Layla. Wartet ihr einfach. Sie schleicht sich auf Zehenspitzen ins Zimmer ihrer Eltern. Duke, der hinter mir steht, legt seine Arme um meine Hüften. Bist du nervös? Ich schmiege mich an ihn. Sein Atem kitzelt in meinem Nacken, und ich kann seinen Herzschlag an meinem Rücken spüren. Jetzt nicht mehr. Gut, wir schaffen das schon. Wahrscheinlich galt er sich nur daran auf, andere Leuten Angst einzujagen. Ganz besonders hübschen kleinen Mädchen. Vermutlich. Layla kommt wieder heraus und gibt uns ein Zeichen, dass wir ihr ins Wohnzimmer folgen sollen. Sie hält das Handy in der Hand und scrollt durch die Kontakte. Eddie, am besten speicherst du die Nummer an deinem Handy. Okay. Ich halte mein Handy bereit und warte. Sie diktiert mir die Nummer, und ich gebe sie unter dem Namen Freakshow in meine Kontakte ein. Tote Freakshow, wenn er mir je wieder unter die Augen läuft, sagt Duke, der mir über die Schulter guckt. Ich versetze ihm einen Stoß mit dem Ellbogen. Okay, ich bringe das hier eben wieder zurück. Layla verschwindet, und ich starre auf die Nummer auf meinem Handy. Das Ganze scheint so sinnlos zu sein. Was ist denn? Wir haben seine Telefonnummer, und was nun? Wir können ihn ja schlecht anrufen und bitten, uns mal eben alles über sich zu erzählen. Nein, aber mein bester Freund weiß zufällig, wie man sich in Computersysteme hackt. Das ist einer der Vorteile seiner Gabe. Wirklich? Von wem sprichst du? Bobby. Ich stöhne. Bobby? Meinst du das ernst? Ich bin nicht der Meinung, dass wir ihn einweihen sollten. Ich traue ihm nicht. Ich habe Duke immer noch nicht erzählt, was Bobby mit mir gemacht hat, als ich die Alternativen ausgelotet habe. Ich frage mich, ob es jetzt an der Zeit wäre. Aber denkt er dann, dass ich überreagiere? Den meisten fällt es schwer zu verstehen, wie echt meine Erinnerungen für mich sind. Leila ist die einzige, die weiß, was Bobby mir angetan hat. Oder mir angetan hätte. Am Abend, als ich es ihr erzählt habe, hat sie meine Hand genommen und mich gefragt, ob sie sein Gedächtnis komplett ausradieren und ihn in sabberndes Gemüse verwandeln solle. Ich habe abgelehnt, aber allein bei dem Gedanken ging es mir schon viel besser. Duke drückt eine Taste auf seinem Handy und dreht es einmal zwischen den Fingern, bevor er es in die Hosentasche steckt. Tja, ich vertraue ihm. Und gerade jetzt könnten wir seine Hilfe gebrauchen. Gerade jetzt? Ich schaue auf mein Handy. Es ist nach elf. Jupp, ich habe ihm eben eine Nachricht geschickt. Bobby bleibt immer lange wach. Leila kommt wieder aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern und Duke sagt, Wir fahren zu Bobby. Vielleicht kann er irgendwelche Informationen über den Kerl auftreiben. Leilas Blick schießt in meine Richtung. Tun wir das? Sie mustert mich. Vermutlich erwartet sie irgendein Anzeichen von Protest. Und eigentlich ist mir auch danach. Aber ich zucke bloß mit den Schultern und sage, Was Besseres fällt mir auch nicht ein, sonst hätte ich es schon längst vorgeschlagen. Okay, dann los. Wir fahren an Bobbys Haus vor und mir läuft es kalt den Rücken herunter. Außer beim Ausloten bin ich noch nie bei ihm zu Hause gewesen. Als ich auf die große Eiche in seinem Vorgarten starre, überkommt mich wieder die Erinnerung, wie Bobby mich mit seinen Blicken durchbohrt hat, als wir im Auto saßen. Mir fällt ein, dass ich gefragt habe, warum wir vor seinem Haus gelandet sind, obwohl er mich doch eigentlich nach Hause bringen sollte. Meine Mom möchte ich kennenlernen, hat er gesagt. Oh, okay. Aber niemand war zu Hause gewesen. Es war dunkel und ich fühlte mich unwohl. Wo ist deine Mom denn? Ein leises Lächeln stahl sich über sein Gesicht. Er setzte sich aufs Sofa und klopfte auf das Polster neben sich. Instinktiv wollte ich gehen, aber dann wurde der Blick aus seinen grünen Augen weich. Komm, setz dich neben mich. Ich wollte nicht unhöflich sein und der Ball war toll gewesen. Ich setzte mich also. Er schlang seinen Arm um meinen Hals und dann glitt seine Hand sofort hinunter zu meinem Schlüsselbein, streichelte langsam daran entlang und wanderte dann tiefer. Halt, so war das nicht ausgemacht, sagte ich, packte seine Hand, überfreite mich aus seinem Arm und hielt seine Hand sicherheitshalber fest. Was ist los? Magst du mich nicht? Seine freie Hand wanderte auf meinen Schenkel und seine Finger gruben sich in meine Haut. Autsch, Bobby, Finger weg! Ich versuchte aufzustehen, aber er hielt mich am Bein fest, legte sich mit seiner Schulter auf mich und drückte mich ins Sofa. Einen Moment lang war ich starr vor Schreck und nicht in der Lage zu begreifen, was hier eigentlich passierte. Er presste seinen Mund auf meinen, grob und gefühllos, während er seine Hand weiter nach oben wandern ließ. Das Geräusch, als der Rock meines Kleides riss und seine Finger auf meinem Körper befreiten mich aus meiner Erstarrung und ich verpasste Bobby einen kräftigen Stoß mit dem Knie. Dann raffte ich mein zerrissenes Kleid zusammen und rannte mit brennenden Augen aus dem Haus. Jetzt, als ich mit Layla und Duke im Auto sitze, kommt alles zurück. Ich versuche, meine Erinnerungen beiseite zu schieben, als ich aus dem Auto steige. Ich möchte nicht, dass Duke denkt, ich hätte die Sache nicht im Griff. Ich hab's im Griff. Bobby hat keine Macht über mich. Layla muss gespürt haben, wie ich mich fühle, denn sie ist sofort in meiner Seite und greift nach meiner Hand. Bobby öffnet die Haustür, obwohl wir noch nicht einmal geklopft haben. Mir gefällt es gar nicht, wie sein Blick über mich gleitet, als könnte auch er sich an die ausgeloteten Szenen erinnern und würde es jetzt genießen, mich damit zu quälen. Aber ich weiß natürlich, dass er sich nicht erinnern kann. Das Privileg habe nur ich. Bobby geht mit uns in ein Zimmer weiter hinten im Haus, das ich im Gegensatz zum Wohnzimmer, an dem wir gerade vorbeigekommen sind, glücklicherweise noch nicht kenne. Ich hab schon mal mit der Telefonnummer angefangen, die du mir gegeben hast. Sein Name ist Steve Paxton. In einer Ecke des Zimmers werfen lediglich die Monitore der Computer ihr Licht an die Wand. In eurem Haus ist es wie in einem Mausoleum, sagt Layla. Habt ihr keine Sensoren? Sie wedelt mit ihren Händen über dem Kopf, aber nichts tut sich. Bobby, sagt sie verzweifelt und er zeigt auf die Wand. Sie findet den Schalter und drückt ihn. Als die Deckenbeleuchtung flackernd angeht, atme ich erleichtert aus. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich die Luft angehalten habe. Es ist nach elf, sagt Bobby. Ich latsche ja nicht durch ein heller leuchtetes Haus, erst recht nicht, wenn ich allein bin. Und was hast du herausfinden können? Fragt Duke und zeigt auf einen der Bildschirme, wo ein Foto von einem äußerst zweelichtig aussehenden Poison in einer Ecke angezeigt wird. Bobby setzt sich an den Schreibtisch. Nicht viel. Er ist ein paar Mal wegen Aufputschmitteln festgenommen worden, aber das war's auch schon. Was genau habt ihr euch denn erhofft? Wir müssen wissen, ob er gefährlich ist, sagt Duke. Scheint einigermaßen harmlos zu sein, sagt Bobby. Das trifft auch auf Bobby zu. Dabei weiß ich, wozu der fähig ist. Bist du dir sicher? Hast du dich nur dort eingehackt? Bobby sieht mich mit zugekniffenen Augen an. Ich glaub, der Polizeiserver ist ein ziemlich geeigneter Ort, etwas herauszubekommen. Aber ich könnte es ja mal in der Bibliothek versuchen, ob irgendwelche Strafgebühren aufgelaufen sind. Wie ich dich kenne, würde dir das bestimmt weiterhelfen. Du kennst mich nicht, sage ich ruhig. Kein Grund, dich hier so aufzuspielen, sagt Layla. Sie hat doch bloß gefragt. Was ist mit Poisons Adresse? Könntest du die herausfinden? Ja. Er holt sich einen Zettel aus der Schublade, schreibt die Adresse darauf und reicht ihn dann Duke. Danke. Duke schlägt ihm freundschaftlich auf den Rücken. Mein Blick ist wieder am Monitor hängen geblieben, ich starre auf Poisons Foto. In meinem Kopf spielt sich noch einmal die Szene ab, wie er mich gezwungen hat, vorwärts zu gehen, wie er mich festgehalten hat, ohne seine Hände zu benutzen. Ich begreif das nicht. So ein Talent ähnelt so gar nicht der Gabe meiner Mutter. Sie kann mich davon überzeugen, Dinge zu tun, aber wenn ich mich genügend anstrenge und begreife, was sie vorhat, schaffe ich es auch, mich gegen ihren Einfluss zu wehren. Bei Poison allerdings wollte ich mich gar nicht vorwärts bewegen und trotzdem hat er mich dazu gezwungen. Ich war ihm vollkommen ausgeliefert. Bleibst du noch oder willst du lieber mit deinem Freund gehen? fragt Bobby. Ich schaue mich im Zimmer um und merke, dass Duke und Layla schon auf dem Weg nach draußen sind. Ich mache auf dem Absatz kehrt und laufe in Richtung Tür. Was habe ich dir eigentlich getan? fragt Bobby hinter mir. Ich bleibe stehen. Was hast du mich tun sehen, dass du mich jetzt mit anderen Augen betrachtest? Ich habe gesehen, wer du wirklich bist. Warum bist du denn heute Abend hierher gekommen? Es klingt, als wäre er weit weg und ganz klein. Weil Duke dir aus irgendeinem Grund vertraut. Ich renne aus dem Zimmer und hole Duke ein. Er legt mir seinen Arm um die Schulter und küsst mich auf die Schläfe. Ich schmiege mich an ihn. Und was machen wir jetzt? Poison überwachen. Die letzten zwei Stunden habe ich aus dem Fenster gestarrt, obwohl Layla mir angekündigt hatte, dass sie wahrscheinlich nicht vor sechs hier sein würde. Gerade rechtzeitig, um sich ein bisschen zurecht zu machen und pünktlich zum Football-Spiel zu kommen. Vor fast einem Monat bin ich weggezogen, doch es fühlt sich an, als hätte ich sie eine Ewigkeit nicht gesehen. Als ein Pick-up vor unserem Haus hält, rase ich hinaus. Sie ist schon auf halbem Weg zur Tür. Normalerweise gehören wir nicht zu der Sorte Mädchen, die bei jeder Gelegenheit loskreischen, aber als wir uns in den Armen liegen, können wir nicht anders, wir springen quietschend auf und ab. Sie tritt einen Schritt zurück. Ich zeige auf sie. Du trägst eine Sonnenbrille. Alles hier so wahnsinnig hell ist. Verrückte Geschichte. Ich habe an einer Tankstelle gehalten. Mein Kopf brauchte eine Pause. Und idiotischerweise habe ich den Typen an der Kasse gefragt, ob sie irgendwelche Hirnenergie-Riegel hätten. Er hat mich total komisch angeguckt und mir ist wieder diese ewig lange Predigt eingefallen, die wir uns anhören mussten, bevor wir den Sektor verlassen haben. Von wegen, dass uns nichts rausrutschen darf. Also habe ich eine Minute seines Gedächtnisses gelöscht. Das hast du nicht getan. Sie lacht. Aber ja doch. Ich dachte schon, dass sich jeden in dem Laden löschen muss. Allerdings war da nur noch eine andere Frau und die war abgelenkt, weil sie sich gerade so einen eklig aussehenden Hotdog in ein Brötchen gelegt hat. Neben der Kasse war ein Ständer mit Sonnenbrillen, also habe ich eine davon gekauft. Hoffentlich erinnert sie mich daran, wie ein normaler zu denken. Ich lächle. Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich dich vermisse? Ich vermisse dich auch. Wann kommst du wieder nach Hause? Los, lass uns deine Sachen holen und ich zeige dir dann das Haus. Ich helfe ihr, die Tasche von der Ladefläche zu ziehen. Hast du den Pickup gemietet? Ja klar, ich und meine Millionen. Nein, ich habe ihn mir von diesem Typen ausgeliehen, der unbrauchbarem Normschrott wieder zusammenbaut. Offenbar doch nicht so unbrauchbar, oder? Wie lustig. Das gleiche hat er gesagt, dass ich ihm die Reste meines monatlichen Taschengeldes in den Rachen geworfen habe, um mir den Wagen ausleihen zu dürfen. Ich meine, ich weiß, dass wir hier draußen keine Paratechnologie benutzen dürfen, aber sowas? Sie klopft auf die Ladeklappe. Drinnen umarmt mein Dad Layla. Schön, dich zu sehen. Wie läuft's zu Hause? Er nimmt ihr die Reisetasche ab und hebt sie auf seine Schulter. Ich lächle und bin überglücklich, dass mein Dad Layla wie eine Tochter behandelt. Ich hoffe, er kann damit ein bisschen wettmachen, dass ihr eigener Vater sie vernachlässigt. Wenn ich behaupte, dass es gut geht, wüssten sie, dass ich lüge. Also sage ich lieber einfach, dass alles so wie immer ist. Halt die Ohren steif. Wird gemacht, Sir. Komm, wir sollten uns fertig machen. Wo geht ihr Mädchen hin? Erinnerst du dich nicht? Ich hab dir doch erzählt, dass wir das Footballspiel ansehen wollen. Ach ja, richtig. Er läuft voraus durch den Flur, stellt die Tasche in meinem Zimmer ab und lässt uns allein, damit wir uns fertig machen können. Für sein Alter sieht ein Dad richtig gut aus, sagt Layla und starrt auf die Tür, die er gerade hinter sich geschlossen hat. Wie eklig. Von wegen Vaterfigur. Ich mein ja bloß. Layla stellt ihre Tasche auf mein Bett, öffnet sie und holt einen Stapel Papiere heraus. Sag mir, dass du mich liebst, sagt sie und präsentiert ihn mir. Was soll, will ich fragen, entdecke dann aber, dass es eine alphabetische Auflistung aller Schüler an unserer Schule ist. Neben den Namen sind ihre Talente notiert. Du bist einfach genial. Ich habe die Footballspieler mit einem Leuchtstift markiert. Ich schaue ihr in die Augen. Und? Im Team gibt es keine Materienmanipulatoren, falls einer von denen ihm die Schulterverletzung zugefügt haben sollte. Und wenn ihn jemand entspannt hätte, damit ihn der Angriff unvorbereitet erwischt, dann gibt es nur einen, der dafür in Frage kommt. Einer, der Stimmungen manipulieren kann. Sie nimmt mir die Liste wieder aus der Hand und blättert ein paar Seiten vor. Dieser hier, Andrew. Aber der ist kein Stammspieler. Tatsächlich ist er erst in der neunten. Hattest du nicht gesagt, dass Trevor sich letztes Jahr verletzt hat? Ja, das hat er. Ich schiele an ihrem Arm vorbei auf die Seite. Vielleicht hat der Stimmungskontroller aus dem letzten Jahr seinen Abschluss gemacht. Vielleicht ist Andrew sein Nachfolger. Was hat der Neuntklässler überhaupt in der College-Auswahlmannschaft zu suchen? Er könnte die Emotionen des gegnerischen Teams doch locker von der Bank aus beeinflussen. Stimmt. Sie wirft die Liste auf mein Bett. Wir müssen unsere Augen offen halten. Komm, machen wir uns schön. Auf dem Weg ins Stadion laufen wir über den Parkplatz. Leila bleibt vor einem Auto stehen, holt ihren Lippenstift heraus und beugt sich zum Rückspiegel hinunter. Sie knurrt. Ich kann überhaupt nichts sehen. Sie zerrt am Spiegel und die Alarmanlage gilt los. Los, weg hier, sage ich und schaue mich um, ob der Besitzer des Autos in der Nähe ist. Nein, ich kümmere mich darum. Sie hält ihre Hand hoch, die in einem fingerlosen Spitzenhandschuh steckt und die Alarmanlage verstummt. Mir klappt die Kinnlade herunter. Was zum Teufel war das? Okay, bitte nicht böse werden. Warum sollte ich böse werden? Ich bin bei Bobby gewesen und er hat mir beigebracht, wie ich mein Talent weiterentwickeln kann. Dein, was soll das denn heißen? Weißt du, so eine Art weiterentwickelte Talentsteuerung. In meinem Kopf tauchen all die Vorträge auf, die meine Mom über die Gefahren von mentalen Experimenten gehalten hat, die noch nicht getestet worden sind. Bist du verrückt geworden? Bist du dir einen Hirnschaden holen? Es gibt einen guten Grund dafür, dass wir die Grenzen unserer Talente erst dann testen dürfen, wenn unser Denkvermögen voll entwickelt ist. Mir ist klar, dass ich genau wie meine Mutter klinge, aber in diesem Fall hat sie recht. Leila lässt ihre Kaugummiblase platzen. Und was für ein Grund soll das bitte schön sein, dass Erwachsene uns kontrollieren können? Sie halten uns einfach nur nicht für fähig, mit den erweiterten Kräften umzugehen, die denken, dass wir sie missbrauchen würden. Keine Ahnung, wie die auf sowas kommen würden, sage ich sarkastisch und zeige auf das Auto, dessen Alarmanlage sie eben ausgeschaltet hat. Wie machst du das? Ich spüre den Sicherungskasten des Autos auf und lösche die letzten 30 Sekunden seines Gedächtnisses. Sie beendet den Satz mit Anführungszeichen, die sie mit den Fingern in die Luft malt. Ich schaue etliche Male zwischen ihr und dem Auto hin und her. Und das ist noch nicht alles, sagt sie. Pass auf! Sie hält ihre Hände hoch und schließt die Augen. Ich bin mir nicht sicher, worauf ich warte. Das Auto ist ja bereits gelöscht. Dann aber heult der Alarm ganz plötzlich wieder los. Der Lärm geht mir durch und durch. Ich halte mir die Ohren zu und die Schultern ziehe ich gleich mit hoch. Leila grinst übers ganze Gesicht und bringt dann das Auto wieder zum Schweigen. Sie zeigt auf mich. Wieso hältst du dir die Ohren zu? Warum hast du den Lärm nicht einfach mental abgeschwächt? Ja, warum eigentlich nicht? Weil ich aus der Übung bin? Keine Ahnung, vielleicht war es der Überraschungsmoment. Ich lasse meine Hände sinken und starre auf das Auto. Meine Gedanken rasen. Hast du eben? Ich habe das Gedächtnis wiederhergestellt. Mein Mund öffnet und schließt dich zweimal, bis ich endlich hervorbringe. Ich hatte keine Ahnung, dass du so etwas kannst. Konnte ich auch nicht. Weiterentwickelte Talentsteuerung. Sie lacht. Komm! Sie zieht mich am Arm und wir gehen weiter. Du hast dich mit Bobby getroffen? Frage ich, als ich endlich im vollen Umfang erfasse, was sie mir da eben erzählt hat. Wie hat ausgerechnet er es in ihren neuen Freundeskreis geschafft? Ich weiß, ich weiß! Sie macht eine wegwerfende Handbewegung, als sei nichts dabei. Mir blieb nichts anderes übrig. Mir geht es darum, mich verteidigen zu können. Mein Dad hat so einen gruseligen Freund, der ständig vorbeikommt und meine Mom und mich bedroht. Ich hatte gehört, dass Bobby wirklich gut daran ist, Fähigkeiten zu erweitern. Wir kürzen den Weg zum Football-Stadion über das Baseballfeld ab, das im Dunkeln liegt. Jemand hat dich bedroht? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Irgendein Loser, der sich daran aufgeilt, Mädchen zu erschrecken. Wahrscheinlich fühlt er sich dann stark. Nichts, worum er dich nicht umgehen kann. Ich hacke mich bei ihr unter. Sei ja vorsichtig, okay? Bin ich. Apropos, hast du von einem ermordeten Mädchen im Sektor gehört, ungefähr in unserem Alter? Was? Nein. Wieso? Mein Dad ermittelt gerade in einer Sache, aber wenn du noch nichts davon gehört hast, halten sie es vermutlich unter Verschluss. Ein Mord? Im Sektor, bist du dir sicher? Wer ist der Täter? Sie verhören die Verdächtigen gerade. Vielleicht ist das gar kein Mord gewesen. Selbstmord wäre auch eine Alternative. Das würde schon mehr Sinn ergeben. Schlimm, das. Aber heißt das etwa, dass du in den Sachen deines Dads herumgeschnüffelt hast? Böses Mädchen! Ich trete gegen den Schotter, als wir auf den beleuchteten Schalter zugehen. Ich weiß, er würde furchtbar wütend werden. Mich überrascht, dass du das vor ihm verbergen konntest. Er hat mir bloß nicht die richtigen Fragen gestellt. Hoffentlich fängt er nicht noch damit an. Am Eingang zeigen wir der Frau unsere Tickets und gehen ins Stadion. Die Live-Musik und der Lärm der Menge lassen mein Herz sofort stärker schlagen. Hey, hey! Du grinst ein bisschen geistesgestört! Sagt Leila. Ich bin aufgeregt, weil du meine neuen Freunde kennenlernst und weil sie dich kennenlernen und nicht vergessen. Ja, ja, wir haben noch nie etwas von der Linken High gehört. Gott sei Dank sind wir bei keinem der Auswärtsspiele gewesen, sonst könnten sie uns vielleicht wiedererkennen. Wie gut, dass du so wenig auf die Schulgemeinschaft gibst. Was glaubt Trevor eigentlich, wo du herkommst? Kalifornien? Sie haben aus dir eine Kalifornierin gemacht? Nicht wirklich, aber ich hab's behauptet. Ich bin schon dort gewesen, einmal. Leila presst ihre grell geschminkten Lippen kurz gegeneinander. Und was sagst du, wenn er dich nach deinem Zuhause fragt, dass die Welt ein Dorf ist? Normalerweise wechsle ich einfach das Thema. Ich greife ihren Arm. Komm, da sind sie. Wir sollten ein bisschen mit ihrem Verstand spielen, sagt Leila mit einem spöttischen Lächeln. Sie dazu bringen, komische Sachen zu machen. Nein. Ich drücke ihren Arm und zwinge sie, mich anzuschauen. Lass das. Sie sind wirklich nett und klug und lass es einfach, okay? Okay, okay. Wir gehen auf die Gruppe zu. Wer von ihnen ist Trevor? fragt sie. Mir fällt auf, dass sie heute Abend alle normal gekleidet sind. Keine bemalten Oberkörper oder Perücken. Muss an der Überwachungsmission liegen, auf der wir uns befinden. Moment, lass mich raten. Leila verlangsamt ihre Schritte. Zu wem würde er die sich hingezogen fühlen? Süß, aber unaufdringlich. Schüchtern, dennoch selbstsicher. Der dunkelhaarige Typ, der seinen Fuß auf die Bank gestellt hat. Sie zeigt auf Trevor. Die Gruppe hat mich und Leila noch nicht bemerkt, aber Trevor ist der Einzige, der regungslos dasteht. Sein Blick auf das Spielfeld gerichtet. Rowan klettert gerade über Jason und greift nach etwas unter dem Sitz. Jason versucht, ihn zu schubsen. Daniel pustet einen Wasserball auf. Katie und Lisa sind mit ihren Handys beschäftigt und Brandon versucht, Lisas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wo ist Trevers Freundin? Ich zeige auf das Spielfeld. Sie ist ein Cheerleader. Und dabei guckt Trevor sie noch nicht einmal an. Er starrt auf die Jungs, die sich den Football zuwerfen. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass das Trevor ist. Ist er's? Ich lache. Ja, dachte ich mir. Leila fährt sich durch die Haare, lacht und sagt dann, bringen wir es hinter uns. Wir erreichen die Gruppe. Hey alle zusammen, sage ich. Edison. Rowan springt auf. Er hält eine Schaumstoffhand hoch und haut mir damit auf die Schulter. Wer ist deine schöne Freundin? Du musst Rowan sein, sagt Leila. Rowan, das ist Leila, eine beste Freundin von zu Hause. Rowan schaut mich mit hochgezogener Augenbraue an. Willkommen, beste Freundin von zu Hause. Du kannst neben mir sitzen. Ich schüttle den Kopf. Rowan, hast du irgendetwas davon im Kopf behalten, was ich dir über Mädchen erzählt habe? Sein gekünsteltes Lächeln verwandelt sich in ein echtes. Ich lerne halt langsam. Ich zeige auf alle anderen, stelle sie vor und sie winken Leila zu. Meine Güte, Eddie, du hast ja massenhaft Freunde. Wir zwängen uns an Daniel, Katie, Lisa und Brandon durch die Reihe bis vor zu Trevor. Er steht auf. Hey, Edison. Hi, das ist Leila. Nicht dich kennenzulernen, Leila. Leila nimmt seine ausgestreckte Hand und schüttelt sie. Also, du bist mein Rivale. Trevor sieht mich mit gerunzelter Stirn an. Ich werfe ihr einen Na, vielen Dank auch, Blick zu. Ich habe ihr gesagt, dass ich dich als meinen zukünftigen besten Freund außer Korn habe, aber bei der großen Klappe, die sie hat, drückt die Zukunft näher. Ah, verstehe, sagt er. Ich hatte keine Ahnung, dass ich um diesen Titel kämpfe. Seine Betonung auf dem Wort diesen irritiert mich, aber sein Gesichtsausdruck ändert sich nicht, deswegen komme ich zu dem Schluss, dass ich mir das eingebildet haben muss. Ich denke, ich bin trotz meiner großen Klappe noch im Vorteil, sagt Leila. Du siehst vielleicht genauso gut aus wie ich, aber ich bin stärker. Außerdem kenne ich sie zehn Jahre länger. Noch brauchen wir also nicht zu kämpfen. Das ist gut. Sind die für uns? Frage ich und zeige auf die leeren zwei Plätze neben ihm. Ja, ich wollte nicht auf weiteren Todeslisten landen, deswegen dachte ich, ich halte euch Plätze frei. Wir setzen uns alle Trevor links von mir, Leila rechts. Leila beugt sich vor. Mach dir keine Sorgen, Eddie bellt mehr, als dass sie beißt. Als Leila sich wieder zurücklehnt, taucht Rowan auf, hockt sich vor sie und sieht uns alle drei mit ernstem Gesichtsausdruck an. Operation Lincoln High geht los. Neben mir seufzt Trevor, als hätte er nicht wirklich erwartet, dass Rowan die Aktion durchziehen würde und als wäre ihm erst gerade jetzt klar geworden, dass er sich getäuscht hat. Ich verkneife mir ein Lachen und klopfe ihm auf die Schulter. Wir werden uns nach und nach unter sie mischen und sie unauffällig beobachten, führt Rowan aus. Also, Eddie, arbeite an deinen Flirtkünsten, die lassen zu wünschen übrig. Hey! protestiere ich, obwohl es stimmt. Leila fährt er unbeeindruckt fort. Du brauchst da nur rüber zu gucken und jedes männliche Wesen, das nicht blind ist, wird nur Augen für dich haben. Leila lacht. Der gefällt mir. Sie nimmt sein Gesicht in die Hände und küsst ihn auf die Wange. Er ist zum Niederknien. Als sie ihn wieder loslässt, verliert Rowan das Gleichgewicht und landet mit einem leicht idiotischen Grinsen im Gesicht und rotem Lippenstift auf der Wange auf dem Rücken. Also, nach dem Anpfiff geht's los. Anstatt sich neben Leila zu setzen, was ich eigentlich erwartet hätte, wuselt er los. Wo wir gerade von bellenden Hunden, die nicht beißen, reden, sagt Trevor. Tja, Leila bellt und beißt, er sollte sich also lieber vorsehen. Die Band beginnt zu spielen und ich drehe mich zu Leila und flüstere in ihr Ohr. Es könnte sein, dass Rowan seine »Lasst uns den Block der linken Hai unterwandern« Mission durchzieht, von der wir beide wissen, dass nichts dabei herauskommen wird. Sie nickt. Aber ich will einen ernsthaften Versuch starten. Nachher schleiche ich mich in die Umkleidekabine, um ein paar Gespräche zu belauschen. Meinst du, du könntest mir Rückendeckung geben? Na klar. Danke. Die Band intoniert einen Marsch und das Football-Team stürmt auf den Rasen. Leila klatscht und flüstert. Gleich kommt Duke. Begleitet vom Jubeln der Zuschauer rennt unsere Mannschaft durch den Tunnel der Cheerleader. Dann stürmt das Football-Team der linken Hai aufs Spielfeld. Duke läuft ins Mittelfeld, zeigt auf die Tribüne, als wäre er eine Art Rockstar und verbeugt sich dann. Verbeugt sich? Oh Mann, mummle ich. Kein Fan? fragt Trevor. So gar nicht. Eigentlich ist er ein ganz netter Kerl. Mein Kopf schnellt herum und ich schaue Trevor an. Du kennst ihn? Ich meine, außerhalb des Spielfelds. Ja, wir waren beide auf dieser All-American-Preisverleihung. Sie haben uns dann an denselben Tisch gesetzt. Wir haben uns ungefähr vier Stunden über all die Preise lustig gemacht, insgeheim natürlich. Er deutet mit dem Kopf auf das Spielfeld. Die Teams sitzen jetzt auf ihren Bänken und bereiten sich auf den ersten Spielzug vor. Er ist echt gut. Ich kann verstehen, warum er sich verbeugt. Egal wie gut jemand ist, solch eine Selbstherrlichkeit werde ich nie begreifen können. Hast du dich jemals verbeugt? Ich bin nie so gut gewesen. Aber ihr seid auf derselben Preisverleihung gewesen. Du musst zu einem der Besten gezählt haben. Vielleicht wärst du dieses Jahr sogar besser gewesen als er. Er zuckt mit den Schultern. Meine Zeit damit zu verschwenden über das Was-wäre-wenn-nach zu denken, hilft mir auch nicht weiter. Leila flüstert. Und das sagt er dem Mädchen, das den ganzen Kopf davon voll hat.